Ich saß mit einigen von euch ganz entspannt am XP-Lagerfeuer auf Alpe Royale, als es plötzlich dann sehr toxisch wurde. Was ist denn der hier? Will er mich hier wegkehren? Was willst du? Machen wir jetzt nicht so Stress. Oha! Will er mich herausfordern? Ja, okay, komm mit, komm mit, komm mit. Ja, wenn's so ist, komm mit, komm mit. Machen wir jetzt einen Rohn und Rohn. Ja, komm hier rein. Okay, MP und Spaß. Hast du die auch? Okay, sehr gut. Dann komm, jetzt wird er mal Hops genommen. Also jemand, der mich hier bei der Lagerfeuer-Session nervt, wollte nur ein paar XP fahren und ein bisschen mit ein paar Leuten chillen. Ha, was jetzt? Ja, ja, komm. Nochmal eine Runde. Weil das war noch nicht genug. Dann komm, komm, komm. Ja, was ist jetzt los? Hat er jetzt genug gehabt? Ja, jetzt plötzlich, ne? Okay, nein, das muss ich hinziehen. Tut mir leid, tut mir leid. Oh!